So, wir sind gerade mitten unter unserem ersten Workshop. Ich habe zwei super coole Teilnehmerinnen und unser super cooles Model, die Simone. Was wäre ein Workshop ohne japanische Touristen? So, wie gefreut es euch bis jetzt so? Voll cool, sehr gut. Sehr gut? Ja. Verhofft ihr, was gelernt bei mir? Ja. Okay, bis gerade. So, jetzt sind wir bei der dritten und letzten Location. Wir haben schon super coole Fotos gemacht. Die Mädels haben hoffentlich schon viel gelernt. Genau, danach gehen wir noch die Bühne nachbearbeiten. Und dann hätten wir es eh schon fast geschafft. Wie hat es euch gefallen? Gut, hat es euch gefallen. Wird super gefallen. Also, ich hätte nicht gemerkt, dass es dein erster Workshop ist, den du machst. Yay! Yay! Wir haben einen super Model gehabt. Ich habe ein Objektiv ausgetesten können. Das muss auch mal ganz anders sein. Ich denke für die Hauptspeisen. Ja, das wäre super. Was hast du heute so gelernt? Ja, also, erstes Mal habe ich ein spannendes Objektiv heute mal gehabt. Und habe komplett mal neu fotografiert. Und bis da ist es nicht. Also, jetzt gucken wir, dass wir sein Model gehabt haben müssen. Dass wir einige Locations gehabt haben mit nur einer. Dass du uns auch eben Tipps gegeben hast, die wir Fotos machen können. Und die wir einstellen. Dass wir die Fragen haben können. Was erzählen wir, ob es so gut ist oder sowas. Das war echt super. Verschiedene Orte, die wir fotografiert haben. Viel gelernt haben. Ja. Danke. Danke. Danke.